Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play NBA 2K22. Und ich habe es doch noch geschafft, in der letzten Woche ein Trade zu finden und auch mehrere Trades zu finden. Und wir haben jetzt Brandon Clark in unserem Team für Draymond Green. Wir haben auch Tim Hardaway Jr. dazu bekommen. Also wir sind gewaffelt, auch Trade Pool. Ich zeige euch jetzt gleich, was wir gemacht haben, damit ihr wisst, was hier alles abging. Also es ist halt einiges passiert, klar. Aber ich finde, wir haben jetzt einen Kader, damit können wir anfangen. Also wirklich, damit können wir angreifen. Also wir haben Draymond Green und Juan Toscano für Jew Holiday getradet. Der ist zu dem, also die beiden sind zu den Bucks gegangen. Wir haben Jew Holiday und Darius Evans weggegeben. Und haben dafür Tim Hardaway Jr. und Dread Pool. Und für TheMarcus Cousins haben wir jetzt Brandon Clark bekommen. Wir versuchen dann später noch, Tim Hardaway Jr. und Dread Pool vielleicht, vielleicht wegzukriegen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was da so noch auf dem Markt ist. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt kein Draymond Green mehr. Und ich bin relativ zufrieden. Klar, aus richtiger Fansicht würde es mir wehtun. Aber, ja, nee. Denn einfach aus dem einfachen Grund, er war halt sehr alt und wir brauchten halt jemanden Neues. Wir brauchten einfach jemanden, der die Stärke mitbringt. Und den haben wir jetzt, so einen jungen Mann, der das hinkriegt. Also ich glaube, mit dieser Mannschaft können wir dieses Jahr angreifen. Und in dieser Folge heißt es wieder 2 of 5, also 2 aus 5 Spielen. Wir haben die Lakers, die Grizzlies, die Mavericks, die Thunders und die Pacers. Und ich bin dafür, dass wir dieses Mal die Los Angeles Lakers nehmen. Ganz einfach, weil dieser Stachel aus der letzten Saison noch extrem tief sitzt, dass wir verloren haben und gegen sie rausgeflogen sind. Und wir nehmen die Mavericks. Ganz klar, es sind die Mavs, es ist Doncic. Ich hoffe, dass dieses Jahr die Spiele besser werden gegen sie. Also deshalb Lakers und Mavs in dieser Folge. Und wir sehen uns gleich im Spiel gegen die Lakers. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Und wir haben Zeit für ein quick pregame report. Mit das gesagt, wir sind auf dem Sidelin und der Hall of Famer, David Aldridge, D.A. Danke, Kevin. Russell Westbrook hat passed die great Oscar Robertson für 1st overall in career Triple Doubles. Westbrook says, Ich habe das, was ich tun, 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 was ich tun. Das ist, was ich tun, night in und night out. Und niemanden ist das das genauso. Simple als das. Kevin, niemanden hat sich das als Sie. Vielen Dank. Und los geht's gegen die Lakers, gegen Davies, LeBron und Westbrook und wir wollen natürlich den Sieg holen. Und da ist Harris, und einen Weg geht's um nicht. Und hier ist Wiseman, mit dem Screen und da ist Curry, drin ist er. Das Curry. Und da ist Wiseman, und da ist wieder Wiseman. Aber jetzt haben sie ihn. So, up to play. Da ist Curry mit dem Dreier. Aber jetzt gerade, ihn war richtig stark in Basketball. Da ist Wiseman. Ne, Riggins. Entschuldigung. Und da haben wir die Freiwürfprozente von Curry, letztes Jahr gesehen bei den Freiwürfen und der gewinnt den Ball hier. Bing Westbrook. Clark mit dem Screen. Und da ist Curry. Und da ist Clark. Jetzt geht's gerade ab hier. Da ist Curry. Easy. Easy. Schön. Und das ist Ego Foul. Ego Foul. Ego Foul. Easy. Ego Foul. Ego Foul. G tresk. Ego Foul. Ego Foul. Da machen wir den Löffner Curry. Horton Tucker zu stehen. Nach dem ersten für die 36.11, easy! Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Viertel. Wir haben Eric Bledsoe auf dem Feld. Nehmen wir uns Mann. Und das Rissbrook. Aber Bledsoe verteidigt stark. Und das Rissbrook für den Winner. Und das Rissbrook. Und das Rissbrook. Und das Rissbrook ist gut. Jetzt hoffen wir, dass das nicht vergebens war. Und Kuminga schön. Zweimal Kuminga stark. So. Und das Rissbrook. Pick'n'Roll. Und das Rissbrook. Und das Rissbrook. Wir haben mit 50,8 und 50,3 Curry und Clay. Mit Abstand die besten Dreierwerfer. Und das Rissbrook. Und das Rissbrook. Und da ist Clay. Waaaaa�. Das Rissbrook. Danke. Und da ist ein Teil. Wah. Hum. Awkward, genau. Woha! Was ist denn? Was ist denn? Wow! 51, 30 zur Halbzeit. Bisher ein super Spiel und das muss man aber nur noch so nach Hause bauen. Das war's für heute. Wir sehen uns erst mal ein paar Transaktionen rund um die NBA. In Holiday, man kann ein bisschen mehr machen. Was ich liebe, ist, dass er, wenn er nicht eine große Anzahl ist, er ist immer noch ein Impact-Maker. Moving auf die erste Halbzeit-Analysis. Stefan Curry. Ich meine, er macht es so... Steffert-nuss. Das ist sein Spiel auf der Offensive. Der Torsten muss man auf den Ballen gewinnen. Der Torsten muss man auf den Ballen gewinnen. Der Torsten muss man auf den Ballen gewinnen. Oder kann man sie aus dem Ballen gewinnen. Und das wird es für Halbzeit. Wir senden Sie zurück nach Kevin Harlan, der hat die zweite Halbzeit. Und jetzt geht's los, das dritte Viertel gegen die Lakers. Das Spiel ist gar nicht mal so schlecht für uns. Wir müssen jetzt einfach nur noch das Ding nach Hause bringen. und Curry zu Clay. Und wir können den Titel mit... Wir müssen den Titel eigentlich dieses Jahr mit Curry holen. Und auch mit Clay, weil so langsam auch Clay jetzt eher dann... Immer mehr... Ah... Verdammt, das ist gut. Und da ist Reisman gegen Davies. Und Reisman mit dem Rebound. Und jetzt der Gegenangriff. Das Play! Yes! Und wir haben sogar noch den Ball dazu, das ist... Mega-Play von Riggins. Und 3. Kommt Riggins! Schön! Schön! Gut, Redbrook weggeguckt. Curry... drin! Ah, und hat sich wirklich ins Ballett. Und der geht nicht, und der Curry. Und der kann ihn leben, das ist unglaublich. Und was ein Wachstum. Ich wünsche uns alle die Erfahrung mit einem Anfänger. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Und hier ist James, er wird es mit den Lakers. Ein Wachstum. Und das ist gut, Herr Lakers. 6 Punkte für ihn. Nei 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 Das ist nicht so, wie sie anfangen wollen, und es wird interessant sehen, wie viel das ist. Kevin? Okay, Dave, danke. Sounds like he won't be on to. Brandon Clark, a dangerous finisher. Nein, er schütte Kuminga. Klock. Kuminga! Und . Ja! Klock! Ja! 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 Und das Ende des dritten Viertels ist da, das 74 zu 50. Und jetzt geht's los, das letzte Viertel gegen die Lakers. Und der ist noch gut. Okay, Wiggins kann auch spielen, aber mit der Verletzung lassen wir das mal lieber. Okay, ich bin jetzt so viele Füße. Und jetzt kommt Curry runter, Curry frei drin. Nach dem Regen-Foul von Wiggins jetzt die Lakers wieder am Ball. Zum Glück ist er jetzt erst mal runter. Zum Glück ist Wiggins jetzt erst mal wieder runter. Mit der Verletzung zu spielen ist nicht das Beste. Bledsoe schön. Bledsoe schön. Play yet. Bledsoe gegen Westbrook. He's been with the ball. Man, yes! Man, it looked good from here. Yo. Thompson outside. Play, yes! He's got six rebounds in the game. Westbrook with it, picked up by Thompson. Good work there as it goes. Well, with as much defensive attention as AD gets, looks as a blowout, a dominating performance for the Warriors. You don't see this kind of the plot often, but tonight, this was a dazzling game for Klay Thompson. He was the alpha dog out there tonight. Totally in charge of this game. No matter what the situation was, he was the one to dictate the action. Plenty of... Action! And the Warriors blew by 21, and you can sense that these fans, these players, they are ready to celebrate. And you know they are sure amazing. The finish line is in sight. All they have to do is... and here is Kaminga. Now here is Poole. A three ball. And another. And another. And with the lead, I like the strategy here. And that is the win. 99 to 76 against the Lakers. A nice game. A nice game. A nice 2-0 in this game. And let's see if it's against the Grizzlies so far. I hope it's still. This game could really be a defining one for what they can do when they are playing at their... for Greg Anthony, Chris Webber and David Aldrich. This is Kevin Harlan. Thanks for watching. The NBA. Presented by 2K Sports. We'll see you later. And then we go back to the game. 20 points of Clay, 22 Curry, 11 Regan, 11 Brandon Clark and 11 John Poole. also not bad, not bad würde ich sagen auch was die Rebounds und Co. angeht, auch die Assists 8 von Curry so, nicht schlecht kann man mal so stehen lassen aber, jetzt erstmal zurück zum Hauptmenü und dann die Simulation gegen die Grizzlies gewinnen hoffentlich das wäre ja was lassen wir mal die Rotation von der CPU anpassen und simulieren das Spiel 111 zu 94 kein, kein gutes Spiel also es sah zwischendurch extrem gut aus, aber dann sind wir so ein bisschen eingebrochen schade, hätte mir einen Sieg erhofft und jetzt gehen wir dann gegen die Mavs und da sehen wir uns gleich gegen die Mavs another presentation of the NBA live on 2K Sports our game tonight featuring the Dallas Mavs as they go up against the Golden State Warriors hi everyone here with analyst Grant Hill and Clark Kellogg I'm Brian Anderson Ali LaForce our reporter Ali, take it away thanks B.A. well Warriors coach Steve Kerr said quote this team is full of joy and laughter and that's how Stefan is Curry explains quote I've always had a joyous disposition playing basketball I was the goofy kid having fun doing what I love I don't think I've ever lost that I just enjoy it guys well it shows Ali thanks and for an idea of how the league is shaping up right now take a look at these latest power rankings you look at the Grizzlies they pulled themselves up to the second place spot well right now for the Warriors they haven't been impressive and they have no one but themselves to blame hopefully they can start to turn it around soon the starters for the Golden State Warriors Clay at the 2 with Wiggins at the 3 James Wiseman is out there with Brandon Clark and it's curry in it to one spot and for the Mavericks they've got Jalen Brunson he's out there with Drew Holiday Luca Donchic is out there with Christoph Porzingis a lot of teams don't like to tip their hand too early in the season coaches like to keep a few tricks up their sleeve for later on Clark as very well they should be I mean it's a really long season and you're learning your team so you figure out different things that you'd like to add later on so and los geht's gegen die Mavs und Tipp-off geht an uns und da verlieren wir schon mal direkt den Ball gegen Holiday Brunson aber da ist Wiseman schön und Wiggins ist auch wieder da fit Wiggins out there und hier sind Punkte und hier sind Punkte Oh, Slay, yes. 3-1. Hier hat den an Slay. Riggens. 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 Und der geht. Dann lassen wir Holiday stehen. Auch nicht komplett. Jetzt aber und Slay. So, Riggens Foul. Ist passiert. Das heißt, Delis mit dem Ball. Da ist Donchic und der so. Ist okay. Ist okay. Ja. 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 Ja, 22, 25. Wir müssen jetzt mal Stopp hinkriegen. Nicht so. Ja. Jetzt kommt Donchic. Und die Mavs. Donchic ist wie Davies im letzten Spiel. Den kriegen wir kaum unter Kontrolle. Ja. Hier ist Donchic. Nein. Nun das ist noch ein Urvou. 0,9. Ja. 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 sorry. Mal mit 29,24 gehen wir in die Halbzeit. Hier ist Bledsoe. Oh. Bledsoe. Komm bitte. Bitte. Lasst ihnrechtzeitig los bekommen haben. Ja. Ja. Der ist. Der ist. Yes! 26, 29 nach Ende des ersten Viertels. Also doch, hören wir mal die zwei Punkte von Bledsoe. Stark! Stark! He has been the story for the Dallas Mavericks. Absolutely carrying the offense, he ends the quarter with 14. Back to the game after this break. Find ways to win games, you know, at the end. Most of the games that we won, it's not just offense, it's mostly defense that, you know, got us the wins. So, if we keep doing that, then we should be able to win some games. Und jetzt geht das zweite Viertel wieder los. Wir haben immer noch einen Rückstand, aber die Mavs zeigen ein bisschen Schwäche, zumindest in ein paar Plays. Und die müssen wir jetzt ausnutzen und direkt verwerten. Diese Schwächen. Und da ist eine. Ah, und die nutzt man nicht. So, wieder mal ein Reach-in-Wall. Die größte Schwäche, die die Mavs aktuell haben, sind die Verteidigung an der Dreierlinie. Da sind sie nicht gut und da müssen wir wieder hinkommen. Clark. Clark macht ihn nicht. Jetzt müssen wir mal wieder einen Punkt auf Sport bringen. Einfach für die Motivation. Clark, schönes Ding. Clark. 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 Und das ist gerade unser Wähler. Wir kriegen es nicht hin. Und jetzt. Die Chance für uns. Cool, yes! Kommen wir wieder, sind wir wieder dran. Nein, oh Gott. Oh, schön, Clark. To the right side. Back to Mann. Mann. Pass to Hardaway. Now Clark. Here's Mann. Down to five on the shot clock. Screen by Wiseman. The drive by Mann. Mann, yes! So. Wage in 4.8. Und yes, clock. Yes, clock. Und Mann. Mann. Nein, den Blätter macht ihn diesmal nicht. 49, 46 zur Halbzeit. The Mavericks on top, up three. Now a minute to check in with Ally LaForse. She's courtside. Hey Ally. Welcome each and every one of you. First off, let's check out some of the other NBA action tonight. Out in Oklahoma City, the Thunder are in a close game against the Clippers. They're even out there in the first. Love the action in that one so far. Might be tight all the way until the end, Ernie. And as we move on, the Dallas Mavericks find themselves in a close one through the first half. I like what they've done on the glass. Boxing out, reacting quickly, playing with an aggressive attitude. They set a physical tone. But now everyone gets a chance to recalibrate. We'll see if this rebounding dominance can extend into the second half. And that's it for the halftime show. Time to send you back to the game. Shaq, stop doing the wave. I can't stop, Kenny. Look at the fans. Hey. Come on, Kenny. Catch the wave with us. Ooh, that's nice, Shaq. Yeah, Ernie. You got a lot of rhythm, Ernie. Very rhythmic. And with that, it goes through the third quarter. Und Weissmann bleibt noch einem Rundfohlen. Und sind wir dran. Und. Das sieht gar nicht gut aus. Curry aber jetzt. Curry. Wir wieder. Curry, jetzt. Oh, Curry. Ruhe! Yes! So, nächstes Reaching Ball. Diesmal von Curry. Genau. Gleich mal runtergeben. Nein. So. Tiene, Sto Key. Nain. Tiene, Mme, XI. Tiene, Mme, XI. Tiene, Mme, XI. Tiene, Mme, XI. Oh 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 oh. Buong, Musik. Slow, 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 Slow! Wow! Undecuai. Bleco White. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber da ist Curry! Ja! Ach! Ja! Ja! Mit Konzentration können wir das hinkriegen! Wir brauchen jetzt starke Defensaktionen! Ja! 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 Und da hätte man eigentlich so gut über Goldhimmig nachdenken können. Und da ist Slay! Und da ist Slay! Falsch, Donchic! Donchic! So, nachdem wir den falschen Spieler des Spiels gesehen haben, meiner Meinung nach, jetzt die letzten 1,37. Und jetzt kommen wir einfach. Und da ist Curry! 10! Und da ist Slay! Eigentlich wollen wir nur auf das Ende der... Nein! Wollen wir nicht, Jim Priceman! So, dann wollen wir mal aus. Die letzten 15,3 auf der Ruhr. Und jetzt können wir eigentlich warten. Back to Bledsoe. There's the three! Oh, good! Und das war's! 101 zu 88! Der Sieg für uns! Und doch! Das 3-1! In dieser Saison! Für uns! Puh! Und mal gucken, wie geht's jetzt immer gegen... Ich sag mal, halbwegs okay gegen Neuen geht. Ob wir das ausbauen können oder nicht. Grant Hill, Ali LaForce und Clark Kellogg. This is Brian Anderson, thanking you all for tuning in tonight. So long, everyone! Und jetzt gucken wir uns noch den Spielerbericht an. Und da, ja, sehen wir. 5 Rebounds, 5 Assists, 39 Punkte. Doncic, die Macht! In diesem Team gewesen heute. Dagegen 29 Punkte, 4 Rebounds, 11 Assists, also ein Double-Double. Von Curry. Dann 21 Punkte. Clay. 12 Regens, 10 Jordan Poole. Puh! Ich hoffe trotzdem, dass wir jetzt das auch gegen die anderen Teams so weiter beibehalten können. Diese Form. Und dort dann Sieg rausholen und nicht wie gegen die Grizzlies verkacken. sind noch Oakland und die Pacers. Mal gucken. Mal gucken, ob man das schafft. So, und ob wir das weiter jetzt hinkriegen. Also unser 3-1 jetzt ausbauen können. Ich wollte jetzt ausführen sagen. Ausbauen können. Gucken wir jetzt mal gegen Oklahoma, ob das was wird. Ich hoffe es doch. Aber das sieht auch nicht gut. Das wird eng. Und da sind wir 3-2. Und das... Ja, wir haben wieder ein Double-Double von Curry mit 26-12. Aber... Danach ist halt nicht viel, ne? Also wir müssen wirklich dringend gucken, ob wir nochmal Verstärkung finden. Weil gegen Auckland sollte man eigentlich gewinnen. Und wenn wir jetzt gegen die Pacers verlieren, dann wird es auch... Wenigstens gegen die. Mit 128 Pool Curry Man und Reisman Clay mit 18. Also haben wir 4 Siege, 2 Niederlagen. Aus den ersten 6 Spielen. Aber da ist noch Verbesserung. Da ist noch definitiv Verbesserung. Ich gucke mal, ob man jetzt hier beispielsweise für 53 Tage noch... Dass man da was machen kann. 25. Dezember erst. 53 Tage. 80 Tage. Und der bis zum 29. Januar. Also da können wir nicht viel machen. Aktuell. Wir müssen einfach hoffen, dass das jetzt schnell vorangeht. Also hier bis im Dezember hinein können wir nicht traden. Und wenn Trade Deadline Day ist hier im Februar. Am 16. Dort ist dann endgültiger Schluss. Gucken, ob wir das bis dahin wirklich relativ in Ordnung überstehen oder nicht. Aber auf jeden Fall geht es in der nächsten Folge entweder gegen die Houston Rockets zweimal. Auckland Thunder, Trey Blazers oder Atlanta Hawks. Mal schauen, welche Spiele wir uns raussuchen. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. zu... von... zu... von... Let's play NBA 2K 22. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis dann.